Und es geht weiter bei uns im Programm, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt haben wir ganz tolle Uhren für Sie, aber nicht nur Armbanduhren, auch ganz wichtige Uhren, die Sie morgens zum Beispiel aus dem Bett holen. Wir haben auch Wecker und auch für das Wohnzimmer oder die Küche wunderschöne Wanduhren. Kathi hat uns da viele, viele verschiedene Uhren mitgebracht und da müssen Sie unbedingt dabei bleiben und gleich bestellen, denn Uhren sind immer sehr, sehr beliebt. Wir fangen an mit einem Wecker. Das ist also ein Thema bei mir, Kathi. Ich brauche mindestens drei morgens. Echt? Ich habe wirklich mehrere Wecker. Ich bin da ja gar nicht so. Also ich bin ja meistens schon vor dem Wecker überhaupt wach und brauche meistens nicht mal einen. Aber hier, wir sprechen hier über so einen tollen Quarzwecker, einen klassischen Reisewecker. Und gerade bei der Reise und dem Urlaub, da ist so ein Wecker wichtig. Das habe ich auch gelernt und ich habe mich letztes Mal ein bisschen geärgert, weil ich hatte keinen Wecker dabei. Und man hat ja immer das Problem, gerade wenn man dann unterwegs ist, mit den unterschiedlichen Zeitzonen auch. Stimmt. Ich war auf Kreuzfahrt und wir mussten fast jede Nacht alleine im Mittelmeerraum, muss man bedenken, wir mussten dann fast jede Nacht einmal irgendwie die Uhr nach vorne, nach hinten und sowas stellen. Und das habe ich gar nicht bedacht. Ich war mir dessen gar nicht so bewusst. Und das ist natürlich dann ganz doof, wenn du zum Beispiel einfach nur ein Mobiltelefon als Wecker benutzen willst. Das ist ganz, ganz furchtbar. Tun Sie das bitte nicht, weil dann wachen Sie zu spät mal auf. Deshalb am besten immer so einen Reisewecker, so einen kleinen, kompakten dabei haben. Der kostet ja hier fast nichts. Guck mal, 3,71 Euro. Was? Ja. Das ist ziemlich praktisch, wenn man da sieht, oh, 30, 35 Grad, da ziehe ich dann doch nur ein kurzes Gleitchen an. Oder die Badehose, die Männer, ne? Ja, aber... Das ist super. Direkt hermometert bei dem Wecker dabei. Kann man morgens schon gucken, hm, ziehe ich heute ein Gleitchen an oder lieber die Winterjacke? Ja, genau. Aber ich finde es halt auch perfekt, wenn du unterwegs bist mit dem Wecker, weil du ja auch oft dann Termine hast morgens. Richtig. Also gerade, wenn du halt vielleicht auch Ausflüge machst im Urlaub, da musst du immer zu verabredeten Zeiten irgendwo sein. Richtig. Wenn man mit der Gruppe vielleicht Fahrradfahren geht, Wandern geht oder so. Das ist so eine wichtige Sache, einen tollen Wecker zu haben. Auch wenn man unterwegs ist und man möchte vielleicht seinen Wecker von zu Hause nicht unbedingt mitnehmen, weil man da ja auch einen größeren Wecker hat. Meistens ja so einen Radio-Wecker oder sowas. Dann hat man hier einen Zweitwecker quasi extra für die Reise für 3,71 Euro. Das ist ein super Preis. Ich muss jetzt auch gleich an die Geschäftsleute denken, die viel unterwegs sind, öfters mal in Hotels unterwegs sind. Da gibt es ja dann manchmal so einen Weckruf vom Hotel. Ich habe den einmal benutzt, die haben wirklich vergessen, mich anzurufen. Ich wurde auch. Also ich habe den auch schon häufiger benutzt, aber weil ich ja auch immer keinen Wecker dabei habe, was mich dann total geärgert hat im Nachhinein. Und einmal haben sie mich auch vergessen. Mich haben sie vergessen und das war ein Job. Also ich hätte da wirklich geweckt werden müssen und habe dann gedacht, ich lasse mich jetzt mal ganz schön vom Hotel wecken. Das ist denen ihr Job. Die müssen mich doch wecken. Haben sie vergessen. Also ich gehe auch nicht mehr ohne Wecker und wie gesagt gerne auch mal mehrere Wecker auf Reisen oder auch zu Hause. Denn ja, ich weiß nicht warum, aber manchmal höre ich den ersten oder den zweiten Wecker nicht. Da gehe ich dann lieber auf Nummer sicher und stelle zwei, drei. Kannst du einen wahrscheinlich ein bisschen weiter wegstellen, damit du dann aufstehen musst, um ihn auszumachen. So ein kleiner Tipp. Und wir haben auch hier zu diesem tollen kleinen Wecker auch schon einen Kundenbeitrag. Den gucken wir uns mal an. Sehr gut. Einfache Handhabung. Klasse. Nur noch selten in der Form noch zu bekommen. Vor allem zu dem Preis. Weiter so. Von Martin aus Gladbeck. Das stimmt. Das ist wirklich eher selten geworden. Früher hatte man den immer. Einen ganz schlichten Wecker. Meine Oma hatte so einen in schwarz, glaube ich, hatte sie denn damals hier in diesem Silber. Sehr, sehr schick. Genau. Klein, schick, elegant, kompakt. Also der perfekte Reisewecker für Sie und das für fantastische 3,71 Euro. Da kann man nichts sagen. Inklusive Temperaturanzeige. Eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich bin total begeistert. Der wird jetzt bei mir auf jeden Fall im nächsten Urlaub mit dabei sein. Sehr gut. Hier sehen Sie noch mal kurz eine Übersicht. Unaufdringliche Zeigerbeleuchtung. Ah, beleuchtet sind die. Praktisches Quarzthermometer. Schlichtes, elegantes Design mit gut lesbarem Zifferblatt. Liebe Zuschauer, jetzt bestellen zum TV-Sonderpreis für nur 3,71 Euro mit der SD5432 und der 569. Jetzt zu bestellen und dann passiert Ihnen das nicht mehr. Man hört den Wecker immer und man hat ihn eben überall dabei, auch auf Reisen. Was auch in keinem Haushalt fehlen darf, finde ich, ist eine klassische Wanduhr. Finde ich auch. Gehört mit dazu. Wir haben zu Hause immer zwei Wanduhren gehabt. Grundsätzlich. Eine hängt bei uns im Flur und die andere hängt in der Küche. Ach, schön. Deshalb, ich finde das auch ganz praktisch, weil ich habe immer früher auch, als ich dann zur Schule gegangen bin, ich wusste immer, im Flur hängt die große Uhr. Da haben wir quasi auch die Uhr drauf dann gelernt, dass wir genau sehen konnten, wann müssen wir los auch zur Schule. Und gerade wenn du halt auch dann Termine hast, wenn du im Haushalt beschäftigt bist, ist einfach so eine schöne Wanduhr eine ganz praktische Sache, weil du während des Staubsaugens mal eben hochgucken kannst, ah, wie spät ist denn jetzt? Oder wenn du einen schönen Fernsehfilm gucken willst oder so, oh, wie spät, wie lange habe ich noch, bis der Film anfängt? Da kannst du immer mal drauf schauen. Die hat man immer im Blick, die ist schön groß, die ist schön zentral meistens in den Wohnzimmern oder in der Küche angebracht. Und dann hat man immer die Uhr im Blick. Das ist genau so, wie Kathi sagt, man ist doch zu Hause oft mal so, dass man dann irgendwas anfängt und dann ein bisschen die Zeit vergisst. Sei es beim Haushalt machen, sei es bei einem schönen Film. Und vielleicht hat man dann einen Termin und wenn man einfach mal so kurz rüberschielen kann und immer die große Uhr im Blick hat, dann ist das super praktisch. Und bei Wanduhren kann man auch ganz viel Geld ausgeben. Wir beweisen mal wieder, dass wir das können, dass man das eben nicht muss. 16 Euro und 6 Cent und das ist eine echte St. Leonhard. Eine echte St. Leonhard und wir sprechen hier von einer Funk-Wanduhr. Das ist halt ganz wichtig, weil die stellt sich automatisch von selber über das Funksignal. Und sie müssen ja auch nicht achten mit dann zum Beispiel Sommerzeit umstellen oder so. Das macht die ganz von selber. Das ist natürlich auch eine schlimme Sache, wenn man das dann bei einer Wanduhr mal vergisst und dann kommen alle eine Stunde zu früh oder zu spät. Das ist auch ein Riesenthema. Deshalb hier einfach diese schöne St. Leonhard-Uhr und die heißt Glow in the Dark. Weil diese Uhr, Sie sehen es hier schon, mit diesen wunderschönen Ziffern und natürlich auch den Zeigern im Dunkeln nachleuchtet. Wow. Man kennt das von Zeigern ganz oft, dass die ein bisschen nachleuchten. Aber hier, dass man wirklich eigentlich die gesamte Uhr, also die großen Ziffern und dann diese Striche dazwischen immer sieht, auch wenn es dunkel ist. Ich finde, die ist so ein richtiges Schmuckstück dadurch. Richtig schön gemacht. Und sieht natürlich auch im Dunkeln sehr dekorativ aus. Sieht toll aus, wie das nachleuchtet. Ganz fantastisch. Wunderschön. Also eine richtig schöne Sache. Unsere tolle St. Leonhard. Richtige Zeitinstrumente. Also wahnsinnig schön. Ganz toll. Also dass die sogar hier nachts so schön leuchtet, ist wunderbar. Und wie gesagt, nochmal 16 Euro und 6 Cent, liebe Zuschauer, für eine Wanduhr. Das ist fantastisch. Eine echte St. Leonhard mit diesen schönen leuchtenden Ziffern und Zeigern, auch für nachts. Und ein absoluter Blickfang natürlich, egal wo Sie es anbringen möchten. Apropos Anbringung, wie macht man das? Du kannst ja einfach mit einer kleinen Schraube oder einem Nagel in der Wand, die dann dementsprechend aufhängen. Hier sehen wir auch das Batteriefach. Die benötigt nur eine Batterie. Das ist natürlich sehr praktisch. Und Sie sehen auch hier das Funkzeichen. Also die stellt sich dann automatisch per Funk, sodass Ihnen immer die beste Zeit angezeigt wird. Also eine wunderschöne große Wanduhr. Ich mag auch dieses schlichte Design unheimlich gerne. Und wie gesagt, sieht auch halt nachts dann toll aus, weil du sowohl die Zeiger als aber auch die großen Ziffern zumindest hier auf den Hauptzeiten 12, 3, 6 und 9 wunderbar ablesen kannst. Richtig, richtig schön. Auch das Design, dass sie schlicht in weiß gehalten ist, aber durch diese Lichteffekte, die sie dann bringt, was richtig Besonderes wird. Außenrum Silber passt auch super in jedes Wohnzimmer. Eine Funkwanduhr, liebe Zuschauer. Nie wieder Angst haben zu müssen, oh, habe ich jetzt umgestellt? Sind wir jetzt in der Sommerzeit? Sind wir in der Winterzeit? Nee, das macht die für Sie ganz, ganz zuverlässig. NC 7379 und die 569 für diese wunderschöne St. Leonhard-Funkohr für nur 16,06 Euro. Da heißt es jetzt ganz schnell anrufen. Finde ich auch übrigens schön als mal so ein Mitbringsel, so ein schönes Geschenk. Eine Wanduhr. Das ist eine tolle Sache. Oder vielleicht auch für die Enkel dann, wenn die in das Alter kommen, zum Uhrlernen. Da sind solche Uhren hervorragend. Und wir sprechen über eine weitere Uhr aus dem Hause St. Leonhard. Die sehen wir jetzt hier. Auch eine Wanduhr und auch hier selbstverständlich wieder eine Funkwanduhr. Also auch diese Uhr stellt sich ganz automatisch dann ein, sucht das Signal, das Funksignal. Und auch hier stellt sie sich selbstverständlich dann selber auf die Sommerzeit. Das steht uns ja auch bald bevor, wieder die Umstellung. Ja, stimmt. Das kommt bald. Übrigens finde ich, dass das die perfekte Wanduhr ist, um den Kindern ein bisschen die Zeit beizubringen. Denn hier hat man jetzt große Ziffern. Alle sind ausgeschrieben. Und es ist sehr, sehr klassisch, übersichtlich so eine Bahnhofsuhr, würde ich sagen. Genau, das ist klassischer Bahnhofsuhr-Stil, dieses Design mit den Ziffern. Auch die Zeiger hier. Ich mag das ja, wenn diese Zeiger so ein bisschen geschwungener sind wie hier. Das ist halt diese klassische Art, eine Uhr anzulegen. Ich mag es sehr, sehr gerne, auch dass die Ziffern hier alle ausgeschrieben sind. Auch die Größe. Man merkt halt, das ist Markenqualität aus dem Hause St. Leonard. Und das Besondere bei dieser tollen Funke-Wanduhr ist hier selbstverständlich noch die tolle Ziffernblattbeleuchtung. Die sehen wir jetzt, schau mal, Nacht in diesem dezenten Grün fängt diese Uhr an zu leuchten. Das sieht wunderschön aus. Siehst du, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Denn auf den ersten Blick sieht das überhaupt nicht aus wie eine Uhr, die leuchtet. Tagsüber klassisch dieser Bahnhof-Stil. Und dann abends so ein richtiger Effekt mit diesem tollen Licht. Toll, oder? Wow. Und geht automatisch an, quasi, wenn es dunkel wird. Wenn man es nicht möchte, kann man es selbstverständlich auch ausschalten. Aber gerade, dass die halt sich beleuchtet, finde ich so attraktiv bei dieser Uhr. Total. Weil wie oft kommst du im Dunkeln nach Hause? Oder musst morgens vielleicht früh raus, wenn es noch dunkel ist. Und dann hast du überhaupt keinen Überblick, wie spät es jetzt ist. Du siehst auf der Uhr auch nichts. Und willst vielleicht kein großes Licht anmachen. Und deshalb ist natürlich so eine Uhr, die beleuchtet ist, richtig toll. Gerade auch, wenn du nachts mal raus musst. Es gibt ja viele, die noch mal nachts was trinken gehen, auf Toilette gehen. Und dann würde man schon gerne wissen, wie spät ist es jetzt. Und da hat man einfach diese tolle Uhr, die in diesem wunderschönen, ganz, ganz sanften Grün Ihnen da die Uhrzeit anzeigt. Die können Sie fantastisch ablesen. Und es macht dann einfach richtig viel Freude. Ja. Du kannst diese Uhr übrigens, hier sehen wir noch mal dieses tolle Läuchten. Ganz schön. Oh, herrlich. Du kannst diese Uhr übrigens auch fantastisch in dein Schlafzimmer hängen. Ins Schlafzimmer? Ja, weil, und jetzt kommt's, diese Uhr tickt nicht. Ah, ich wollte nämlich gerade sagen, so Wanduhr in einem Schlafzimmer, ich glaube, das würde mich stören, wegen diesem Ticken. Aber du hast recht. Na, wir können ja mal reinhören. Die tickt nämlich kein bisschen. Ne, man hört nichts. Die tickt nicht. Die tickt nicht. Super, oder? Sehr gut. Ja, also wirklich fürs Schlafzimmer. Das haben die extra so konzipiert. Ne, eine ganz fantastische Sache von St. Leonard, weil ich glaube, viele hatten das Problem, dass sie gesagt haben, ich hätte gerne eine Uhr im Schlafzimmer. Die möchte ich aber auch nachts ablesen und ich möchte auch, dass es ruhig ist. Und hier wurde alles vereint in dieser fantastischen Uhr. Also, Sie können sie ins Schlafzimmer hängen, weil sie einfach nicht tickt. Sie können die wunderbar auch nachts ablesen durch diese tolle, dezente grüne Hintergrundbeleuchtung. Und es ist einfach eine klasse Uhr, wie gesagt, Funkuhr, die sich hier automatisch stellt. Das ist fantastisch. Liebe Zuschauer, gerade auch gibt es viele, viele, bestimmt auch unter Ihnen, die gern so ein dezentes Licht im Schlafzimmer haben. Es gibt viele, die diese ganze Dunkelheit im Schlafzimmer nicht unbedingt mögen. Und hier hat man aber kein aufdringliches Licht, das stört, sondern ein ganz dezentes Hintergrundlicht an dieser Uhr. Schau mal, das ist ein richtiges kleines Kunstwerk, finde ich. Ganz schön, also ich mag es total gerne. Und wenn ich die halt im Schlafzimmer hängen kann, damit ich nachts die Uhrzeit ablesen kann und nicht gestört werde. Also kein Ticken, kein Garnichts, das ist doch das Beste, was mir passieren kann. Deshalb da mit dieser Uhr, die ist auch sehr beliebt bei uns gerade, die wird auch gerade fleißig bestellt. Da hat sich St. Leonhard selber übertroffen. Die ist ganz, ganz beliebt für 28,41 Euro. Kein Wunder. Auch hier einfach an die Wand hängen, Batterien rein. Hier ist extra dieses kleine Löchlein vorgesehen, wo Sie die aufhängen können. Hier Sie sehen, hier wird mit mehreren Batterien gearbeitet aufgrund der Hintergrundbeleuchtung. Fantastisch. Ich liebe diese Uhr, dieses typische Bahnhofsdesign. Und vielleicht, wenn Sie Enkelchen oder Kinder ab und zu im Haushalt haben oder die Kinder noch zu Hause wohnen und kleiner sind und die Zeit noch nicht so gut können, kann man sie hier perfekt erklären. Alle Ziffern sind ausgeschrieben. Und auch nachts, wenn das Kind mal wach wird, kann man sagen, schau mal, wie viel Uhr es jetzt ist, denn da ist ja eine Hintergrundbeleuchtung. Ab ins Bett, es ist viel zu spät. 28,41 Euro, NC 70, 88 und die 569 für diese wunderschöne St. Leonhard-Funk-Wanduhr. Nie wieder das Problem mit Winter- und Sommerzeit, das macht die ganz von alleine. Und jetzt hat uns gerade Kati gezeigt, dass da hinten Batterien drin sind. Und Batterien ist ja immer so ein Thema. Man muss immer Batterien zu Hause haben. Sei es in der Fernbedienung, sei es eben in einer Wanduhr oder auch im Kinderspielzeug. Wenn man keine Batterien hat, das ist ein bisschen anstrengend, weil eben gerade so Geräte, die eben nur über Batterie laufen, die laufen dann eben nicht mehr, wenn sie keine haben. Und hier gehen vier Stück rein. Deshalb ist es ganz toll, dass wir hier ein 20er-Set haben von diesen Doppel-A-Batterien. Die können Sie einfach mit dazu bestellen. Selbstverständlich nicht nur für Ihre Funk-Wanduhr, sondern auch für alle anderen elektronischen Geräte, die mit Batterien dann hier betrieben werden. Unser Set 20 Batterien vom Typ Doppel-A. Hier für Sie auch das zum TV-Sonderpreis. Ein richtig toller Vorteilspreis. Normalerweise zahlt man das ja schon für vier oder fünf Batterien. Das stimmt. PX 1569 und die 569 ganz schnell anrufen. Ein 20er-Sparpack für nur 5,61 Euro. Das sollte man definitiv immer zu Hause haben. Meistens hat man die Doppel-A-Batterien, zum Beispiel wie in unserer Wanduhr. Es gibt dann aber auch noch einige elektrische Geräte, die die Triple-A haben. Und die haben wir auch für Sie im Programm, liebe Zuschauer. Deswegen gleich beide bestellen, unbedingt. Die Triple-A, das sind dann die etwas kleineren Batterien. Sie sehen die jetzt hier, das sind diese ganz kleinen Triple-A. Und dafür haben wir auch einen 20er-Vorteilspack vorbereitet, sodass Sie immer ausreichend Batterien zur Hand haben. Auch hier, schau mal, 20 Batterien für 4,66 Euro. Das ist ein absoluter Preisknaller, muss man ganz ehrlich sagen an der Stelle. Normalerweise kriegst du halt diese Vierer-Sets, 1, 2, 3, 4. Die kosten dann immer schon 4,99 Euro, wenn man die am Supermarkt in der Kasse mitnehmen möchte. Hier bekommen Sie ein 20er-Vorteilspack für diesen tollen TV-Sonderpreis. Und da können Sie gleich mehrere bestellen. Decken Sie sich ein mit Batterien. Das ist einfach ganz clever, wenn man die schon zu Hause hat. Weil Sie werden sich ärgern, wenn Sie die jetzt nicht bestellen. Und dann brauchen Sie Batterien und müssen wieder teuer 4 Stück für 5 Euro kaufen. Deshalb jetzt bestellen, damit Sie einfach einen kleinen Vorrat haben. Das nimmt ja keinen Platz weg. Und dann sind Sie immer auf der sicheren Seite und haben clever gekauft. 4,66 Euro, liebe Zuschauer, für 20 Triple-A-Batterien. Nehmen Sie gleich eine Packung Doppel-A und eine Packung Triple-A. Dann sind Sie auf alles vorbereitet. Die Triple-A bekommen Sie mit der PX1565 und der 569. Und das sind ja auch ganz umweltverträgliche Batterien, ne, Kathi? Selbstverständlich, ja. Die sind frei von Quecksilber, frei von Kardium. Also da kaufen Sie richtig, richtig clever. Jetzt waren wir bei wunderschönen Bäckern, Wanduhren und natürlich die Batterien. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Lieblingsthema meinerseits und auch deinerseits, Kathi. Ja. Denn ich finde gerade wunderschöne Armbanduhren für Damen. Da kann man eigentlich nicht genug haben, ne? Wir müssen ja auch ein bisschen zum Outfit passen. Und wir haben wunderschöne Uhren für Sie vorbereitet. Die erste, die wir Ihnen zeigen möchten, kommt aus dem Hause Krell. Und das ist einer meiner absoluten Favoriten an der Stelle, muss ich ganz klar sagen. Weil ich bin ja ein totaler Fan von Schwarz auch. Ich habe ja privat sehr viel Schwarz auch an und hier haben wir dieses wunderschöne Armband. Ich trage sie ja selber. Das ist so in dieser Kroko-Optik, muss man dazu sagen. Schauen Sie sich das an, das ist toll gearbeitet. Sieht sehr elegant aus. Gerade diese Kroko-Optik ist halt was ganz Feines. Und hier, wenn man aufs Ziffernblatt kommt, da kommt man in Staunen. Weil hier sehen wir außen einmal diese gesamten Strasssteinchen, die hier besetzt worden sind. Das funkelt. Das funkelt, das glitzert, die macht richtig viel her. Aber auch hier, das Ziffernblatt innen drin ist offen gestaltet, sodass du hineinschauen kannst. Und wir sprechen hier von einer Automatik-Uhr. Das bedeutet, durch die Bewegung zieht sich diese Uhr auf. Ah, das heißt, ich muss sie gar nicht selber aufziehen. Das macht sie durch die Bewegung am Arm. Genau, durch die Bewegung einfach am Arm, also wenn du sie tagsüber trägst, zieht die sich automatisch auf. Meistens bewegt man ja die Hände ein bisschen am Tag. Und dann arbeitet sie quasi los. Sie hat eine Gangreserve von 10 Stunden. Also selbst wenn du sie nachts abnimmst, ist das überhaupt kein Problem, weil hier dann die Gangreserve arbeitet. Aber ich finde es ganz spannend, hier bei dieser Uhr erstmal dieses tolle Design mit den Strasssteinchen. Aber dann auch hier quasi dieses offengestaltete Ziffernblatt, wo du einfach auch mal reinschauen kannst. In die Arbeit quasi der Uhr, ne? Total interessant. Ja. Haben Sie schon mal eine Uhr von innen gesehen, liebe Zuschauer? Also ich muss sagen, ich sehe diese Uhr zum ersten Mal und ich bin wirklich total begeistert. Ich habe noch nie eine Uhr von innen gesehen. Und das ist ja faszinierend. Ich kann sie auch mal von hinten zeigen, weil da sieht man dann auch hier sehr schön, wie hier dieses kleine Schwungrädchen quasi arbeitet, wenn ich die Uhr hin und her bewege. Schau mal, auch da kannst du reingucken, auch das mit einem offenen Glasboden gestaltet. Das ist jetzt praktisch diese Gangreserve, das was man da hinten sieht. Genau, da siehst du hier, das schwingt quasi in dem Rädchen. Das zieht die Uhr dann auf. Und hier vorne aber auch offen gemacht, sodass du hier schön hineinschauen kannst. Das ist wunderschön, eine ganz einzigartige Uhr und die kostet normalerweise 79,90. Und das finde ich schon einen super Preis für diese tolle Uhr. Ist es auch, aber wir haben ja gesagt, wir machen tolle Preise für Sie, damit sich jeder auch nochmal eine zweite Armbanduhr zulegen kann, einfach passend zu ihrem jeweiligen Outfit. Und deshalb hier diese wunderschöne, grell, strassbesetzte Automatik-Armbanduhr mit diesem schwarzen Kroko-Optik-Armband. Einfach wunderschön, sehr elegant und edel. Das kannst du immer tragen und das für 25,56 Euro. Der Preis ist der Wahnsinn. Liebe Zuschauer, wenn Sie Armbanduhren lieben, so wie wir es auch tun, dann dürfen Sie sich diese wunderschöne Grelluhr jetzt nicht entgehen lassen. Für nur 25,56 Euro jetzt zu bestellen, aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Deswegen schnell sein. NC-72-85 und die 569 für diese Traumuhr. Ich finde das hochinteressant, was da drinnen so hier zu sehen ist. Man sieht richtig, wie die Zahnrädchen arbeiten. Ja, die Zahnrädchen. Da hinten ist noch so, sieht aus wie so ein kleines Hämmerchen, das immer wieder so der Gegenhämmer. Und auch hier, schau mal, die Hauptziffern, also 12, 9, 3 und 6 sind ja hier ausgeschrieben. Die anderen Ziffern sind durch kleine Strasssteinchen wieder selber ersetzt. Also wunderschön. Die Lünette hier abgesetzt mit diesen tollen Strasssteinchen. Das sieht einfach edel aus und macht unglaublich viel her. Also wunderschön. Die Ziffer, die Zeiger selbstverständlich, die sehen wir ja da nachleuchtend gestaltet, sodass du auch ein bisschen dunklen die Uhr gut ablesen kannst. Also eine wunderschöne Uhr. Ich bin total begeistert. Ich auch. Deshalb, ich mache sie jetzt auch direkt wieder um, nachdem ich sie jetzt auch von hinten gezeigt habe, weil ich finde die einfach traumhaft schön. Richtig schön. Liebe Zuschauer, wie gefällt sie Ihnen? Bestimmt genauso gut wie uns. Deswegen rufen Sie jetzt ganz, ganz schnell an. 0180 51 51 und dreimal die zwei. Sie dürfen auch gerne mehrere Male anrufen, denn alle Bestellungen werden gesammelt. Also lieber früher anrufen, wie das nachher Ausverkauf dasteht. Lassen Sie sich diese wunderschöne Uhr nicht entgehen. 25,56 Euro für diese wunderschöne Grelluhr mit der NC 72 85 und der 569. Dann bekommen Sie sich hier mit diesem tollen GroKo-Leder-Optik-Armband in schwarz mit diesen wunderschönen Strasssteinen an der Lünette im Ziffernblatt und dann dieses offene. Das ist so interessant mal zu sehen, was die Uhr da alles so macht. Das war mir gar nicht klar, wie viele kleine Einzelteile da drin sind. Das ist richtig spannend. Freut mich, dass man dich damit so faszinieren kann. Wahnsinn. Es ist auch ganz, ganz spannend. Wenn Sie jetzt sagen, schwarz ist eigentlich nicht so meine Farbe, ich bin eher der Typ für die hellen Töne. Ich mag lieber pastellige Töne. Weiß trage ich sehr gerne oder so ein leichtes Rosé. Dann haben wir auch hier die richtige Uhr für Sie. Sie sehen hier auch eine Grelluhr. Auch hier das Design an die andere Uhr, die wir eben gesehen haben, angelehnt. Auch hier dieses GroKo-Optik-Armband. Aber hier ist es so ein Perlmutt-Ton. Geht so ein bisschen ins Rosé-Pink hinein. Deshalb hier Perlmutt ins Rosé hineinlaufend. Aber dasselbe Ziffernblatt auch wieder. Auch hier wieder eine Automatikuhr mit diesem tollen rückseitig Glasboden, sodass man in die Uhr hineingucken kann. Oben auf dem Ziffernblatt auch die Lunette mit den Straßsteinen besetzt. 25,56 Euro auch diese Uhr. Und deswegen, liebe Zuschauer, empfehle ich Ihnen, kaufen Sie einfach beide. Einmal in schwarz und einmal in diesem wunderschönen Rosé. Dann haben Sie für jedes Outfit die passende Uhr. Ich habe ja jetzt so ein bisschen ein hinterfarbenes Kleid an. Da passt natürlich das Rosé perfekt dazu. Einfach beide mitnehmen. 25,56 Euro. Und das haben auch schon einige getan und uns darüber berichtet. Und hier kommt ein Kundenbeitrag von dem lieben Hans. Sehr schöne Uhr. Meine Frau ist begeistert. Handhabung und das Aussehen sind einfach und gut. Sieht nach einer richtig teuren Uhr aus. Absolute Empfehlung. Das ist ein sehr schöner Kundenbeitrag. Vielen Dank, lieber Hans. Das ist auch so. Die ist wunderschön. Ich behalte sie auch gerade an. Ja, behalte sie gerne an. Ich habe kurz gewechselt, denn wir haben eine weitere Uhr für Sie. Und das ist eine unserer Bestseller. Auch hier eine Crelluhr, eine Quarz-Armbanduhr selbstverständlich. Beste Qualität. Und schau mal hier. Das ist hier dieses tolle Rotgold. Diese Rotgold-Optik, von der wir hier sprechen. Und die ist momentan sehr, sehr beliebt, weil das natürlich sehr edel daherkommt und man es auch zu allem tragen kann. Ich glaube, das ist der größte Punkt bei uns Frauen. So eine Rotgold-Uhr, die passt natürlich zu Silberschmuck genauso gut, aber auch zu Goldschmuck, weil hier beides kombiniert ist. Und die ist einfach wunderschön, die glitzert, die hat diese Trendfarbe Rotgold und auch dieses Perlmut-Ziffernblatt, wie das funkelt. Genau das macht es hier aus, weil viele Damen tragen ja auch gerne eine Perle, Ohrstecker oder auch eine Perlenkette. Und diese Uhr ist auch fantastisch, wenn sie anderen Perlenschmuck tragen, weil hier das Ziffernblatt in dieser Perlmut-Optik ist. Und so dadurch natürlich der Schmuck wieder gut aufgegriffen wird, das harmoniert sehr gut, das passt sehr gut zueinander. Ganz einfach zu schließen mit der Falschschließe auf der Rückseite, ein klassisches Armband mit diesen Gliedern gearbeitet. Das Ziffernblatt auch hier, schau mal, 12 und 6 ausgeschrieben, die anderen Ziffern durch Strasssteinchen ersetzt, sodass es richtig schön funkelt. Und auch rund um die Lünette wieder hier eine Strassreihe gesetzt, sodass auch hier dieser Glitzereffekt, dieses Edle einfach sofort da ist. Und wenn du die am Handgelenk hast, da können sie sicher sein, sie werden ganz viele Komplimente ernten. Alle werden fragen, wo hast du denn diese tolle Uhr her, weil es einfach richtig schick aussieht. Und Sie sehen, ich trage jetzt hier zum Beispiel einen Ring aus ganz normalem Gelbgold, aber auch der harmoniert sehr gut zu dieser Rotgold-Optik. Also da sieht man das mal sehr schön, egal was Sie da haben, das passt sehr, sehr gut zueinander. Das findet immer die Harmonie dann wieder. Und ja, deshalb ist diese Uhr, glaube ich, so extrem beliebt, auch bei dem fantastischen Preis von 28,41 Euro. Das ist ein richtig toller TV-Sonderpreis. Schauen Sie ruhig mal an anderer Stelle, was solche schönen Uhren kosten, wenn Sie so eine schöne Rotgold-Optik haben wollen. Mit Strassstein, mit einem Perlmutz-Ziffernblatt, wunderbar verarbeitet. Die liegt gut am Handgelenk, unglaublich zart auch irgendwie. Trotzdem wirkt sie aber auch nicht zu klein. Also ich finde für mich die perfekte Uhr auch. Für mich auch, absolut die perfekte Uhr und in dieser Trendfarbe Rotgold, da muss man zugreifen. Und liebe Herren, Sie haben es gerade gehört von dem Hans, der hat die Frau geschenkt und die war begeistert. Machen Sie das doch auch. Schenken Sie mal Ihrer Frau einfach so zwischendurch ein kleines Geschenk. Und wenn Sie unseren Tipp haben wollen, dann Rotgold. Diese Uhr passt zu jedem Schmuck und es funkelt und es glitzert und es glänzt. Und da wird auch die Augen Ihrer Frau werden da funkeln und glitzern und glänzen. Die freuen sich wahnsinnig über so wunderschöne Uhren. 28,41 Euro. Das hat man doch für die Liebste übrig, oder? Dann bestellen Sie jetzt ganz, ganz schnell hier unsere beliebte, elegante Quarzarmbanduhr mit diesem wundervollen Strass von Krell. N.C. 72,99 und die 5,69 zu diesem fantastischen Preis. Normalerweise 89,90. Das finde ich schon einen super Preis. 89,90, das ist schon sehr, sehr gut. Normalerweise liegen diese Uhren halt direkt, gerade wenn du diesen Rotgold-Look haben willst. Dann halt Strasssteine per Mutze vom Blatt. Da bist du ganz, ganz schnell mal bei 150, 180 Euro für so eine Uhr. Deshalb freue ich mich, dass wir die so preisgünstig anbieten können. Steht ja auch das Osterfest vor der Tür. Auch da sucht man ja nach vielleicht kleinen Geschenken, die man quasi der Osterhase dann bringen kann. Also als kleine Aufmerksamkeit. Und ich denke, 28,41 Euro ist dann ein fantastischer Preis, den man gerne mal ausgeben kann für so eine wunderschöne Uhr. Und ja, das ist einfach wunderschön. Wir sprechen hier, wie gesagt, von einer Quarzarmbanduhr. Also auch eine wunderschöne Qualität. Und die ist einfach auch gut im Alltag tragbar. Also Sie sehen, ganz normal, wunderschön tragbar. Gerade auch zu einem schlichten Outfit vielleicht. Vielleicht ein schönes Twin-Set. Da passt die ganz toll zu. Wertet jedes Outfit auf. Aber dann auch mal schick abends. Einfach, wenn man sich ein bisschen zurecht macht. Vielleicht ein kleines Paillettentop oder so. Also auch da funkelt die dann mit quasi. Deshalb ist es eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn man die zu so einem fantastischen Preis bekommen kann, für den wir Sie heute anbieten dürfen, dann heißt es da zugreifen. Aber bitte denken Sie daran, seien Sie schnell genug. Weil wir haben auch hier nur eine begrenzte Stückzahl für diesen fantastischen Preis. Wenn die dann ausverkauft ist, dann Normalpreis. Und dann ist es immer schade für die Kunden, die dann zu spät angerufen haben. Sie wissen, Sie können ruhig mehrere Male pro Tag anrufen. Und wenn Sie jetzt sagen, oh ja, das könnte vielleicht eine tolle Idee sein. Vielleicht auch für die Tochter zu weinen, zu Ostern, wenn man die dann wieder sieht oder so. Dann kommen ja die Familien zusammen. Sucht man ja für jeden so ein kleines Geschenkchen vielleicht auch. Und einfach jetzt bestellen. Das ist wunderbar. Und da haben Sie sich richtig entschieden. Ich kenne das so ein bisschen von meinem Freund. Er sagt auch immer, er findet das so schwer, Geschenke zu finden für die Damen. Weil viele, viele Damen haben einfach schon alles. Die sagen immer, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich mir wünsche. Aber Schmuck und gerade Uhren kann man immer schenken. Da kann man nicht genug von haben, weil wir haben ja auch viele verschiedene Outfits. Und dann wertet das das Outfit nochmal richtig auf, wenn man so eine wunderschöne, grelle Armbanduhr am Handgelenk trägt. Mit diesem Strass, diesem wunderschönen, glitzernden Strass. Und in dieser Trendfarbe Rotgold. Also ganz schnell bestellen mit der NC 7299 und der 569. Für nur 28,41 Euro bekommen Sie die schon in wenigen Tagen zu sich nach Hause. Und dann können Sie die verschenken und das Lob einernten. Wie toll die Wahl doch war, oder? Fantastisch. Wir haben die richtigen Uhren für Sie. Jetzt anrufen und bestellen und dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.